Sehr gut. Ja, schwangeres Gehirn. Das ist natürlich... Ähm... Baby... Nee. Mama... Bauch und Kopf. Sehr gut. Bauch und Kopf, sehr... Den Song haben übrigens voll viele bei DSDS gesungen. Wirklich, jeder vierte. Tastes like Strawberries. Harry Styles? Ja, Watermelon Sugar. Du hast mir grad den Punkt geschenkt, ne? Ich hab's gesehen. Was? Du kanst den Song schon vorher. Nein, ich hab... Ich hab grad... Ich hatte auch schon mal irgendwie den Struggle. Mir ist nicht eingefallen, wie das Lied da ist. Ach so, okay. Ich wär ehrlich gesagt gespannt darauf, wie du mich jetzt nackt sein willst. Ich würd's wirklich gerne sehen. Es wird ein Gesicht, auch wenn man das vielleicht nicht... Nicht erkennt? Doch, oder? Ja, auch wenn es vielleicht nach der Zeichnung eines Vier-Halbjährigen aussieht, hey. Okay, ähm... Wenn ich das, dann ist es schon mal sehr wahrheitsgemäß. Funktioniert. Hab's versucht. Ja, gut. Ich hab eine Seite kürzer als die andere. Ähm... Ja... Set a light. Thank you. Don't lie to me. Ähm... Willst du mich nackt zeichnen? Strip? Strip. Ist richtig. Okay, gut. Ich wär ehrlich gesagt gespannt darauf, wie du mich jetzt nackt zeichnest. Ich würd's wirklich gerne sehen. Ehrlich gesagt, möchte ich dich gerne zwingen dazu, mich weiter nackt zu zeichnen. In dieser... Wirklich in diesem Style. Bitte, das wollen wir alle sehen. Wir wollen jetzt alle sehen, wie diese... Wie diese Person nackt aussieht. Ich arbeite hier unter Zeitdruck, okay? Also... Einfach vorspulen. So, hier kommt dann halt der Hals. Also nackt, ja? Klar. Okay, dann kommen hier die Arme... Die Arme... Der zweite Arm... Der ist ein bisschen länger, glaub ich, geworden. Sooo... 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 Oh... Oh... Ja, nee... Sorry, das soll eigentlich ein bisschen schmaler sein. Sooo... Oh Gott, was kommt... Achso, die Beine kommen ja auch noch. Mein Po, ich hab auch noch einen Po. Aber ich mach ja so von vorne... Also... Oh Gott... Ja, gut. Den Rest kannst du dir denken. Danke. Schön, oder? Ich hatte aber LK Kunst. Wirklich? Ja. Welche Note? Darüber reden wir jetzt. Ganz offensichtlich eine 6. Okay, mein Gedankezug ist voll verwirrend. Deutsch oder Englisch? No time. No time no death? No time to death? No time to kill? Die? Die? No time to die? Ah, stimmt. Von... Adel? Nein. Skyfall? Ich glaub von nem Rapper, oder? Nein. Das ist ja so geil. Was ist Neuer James Bond? Ah, No time to die von Billie Eilish. Okay, deswegen. Krass. Deswegen Adele. Ich dachte irgendwo... Right before I close my eyes... Achso, es geht schon los. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind. I've been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Was ist denn das? Äh, Charmendes? Aber das Lied, keine Ahnung. Boah. Wonder? Ah. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bought a slide. Drake. Toosie slide. Genau. Left foot... Ist auch schon wieder so über ein Jahr her einfach. Könnt ihr noch den Kasten zu? Ja. Glaube. Left foot slide. Ich glaube. Johannes. Welche Serie könnte Vincent immer und immer wieder gucken? Er guckt nicht so viele Serien. Ich guck gerade gar keine Serie. Kann ich dir was vorsagen? Na gut. Na gut. Friends finde ich kann immer gucken. Genau. Vincent. Shoutout. Die fragen mich schon wieder, ob ich B bin. B steht für Bambi. B für... Ähm, Shirin David. Ich darf das. Okay, das war ein bisschen zu hart für Vincent. Shirin. Vincent. Vincent. Babsi, Babi, Bad Bunny. Genau, Vincent. Shoutout. Lieben wir. Lieben wir. Krass, ey. Ich muss echt mehr Shirin hören. Es hat schon was mit diesem Bild zu tun. Also, okay. Also, er hat jetzt nicht total Thema verfehlt hier, das Bild, ne? Dach der Welt. 50 Jahre. Zwei Menschen, die eine gute Zeit haben im Haus. Heißt so ein Song von dir? Drei Menschen, die eine gute Zeit im Haus haben. Mein neuer Hit. Leerer Raum. Ist das eine Single von mir gewesen? Deine Zweifel. Ne. Hä? Macht gar keinen Sinn. Es hat schon was mit diesem Bild zu tun. Also, okay. Also, er hat jetzt nicht total Thema verfehlt hier, das Bild, ne? Gar nicht. Ist gut. Das ist eine Single von mir. Roulette. Haus. Haus. Habe ich einen Song, der Haus heißt? Hä? Hotel? Ich bin jetzt total doof. Das ist ein Song von mir. Zuhause! Oh, Mann, ey. Das war jetzt aber ein Weg, ey. War das so schlecht? Oh, nein. Das war gar nicht schwer. Guess what song it is and from who it is by the emojis. By the emojis? Aha. Oh, no. Okay. Wait. Like this. No. No tears. No, like, no tears. Someone's crying. Is that a printer? Is that a printer? No, that's like a chip card and you can save stuff on it. Hmm. I have no idea. It's by the weekend. By the weekend. By the weekend. By the weekend. Oh, wow. Now I have to know this. Um. Uh. Uh. Save your tears for another day. Is that one? Save your tears? Save your tears. Oh my god. Oh my god. Now it makes sense. That one makes sense. Now I'm going to let you know this. Bye.